Das ist die Fortsetzung von Animal Crossing New Leaves, Besuch bei Samira, weil mein Handy hat gerade ausgegangen. Also hier nochmal, Pflanze, Hemd, Bart. Ich sag jetzt einfach mal, weil ich das nicht weiß, wie es heißt, sag ich mal, Versteck-Dingens. Hier ist so ein Geroid. Schöner Boden, finde ich. Hier ist nur ein Stuhl. Hier ist noch ein Stuhl. Hier ist auch noch irgendwas, ein Schrank, glaube ich. Hereinspaziert, Dominik. Du kommst wirklich oft vorbei. Fühl dich wieder heim. Hoppi. Womit kann ich dir behilflich sein? Ich will dir jetzt erzählen mir was. Ich bevorzuge ein großes Bett, da dann das Risiko geringer ist, versehentlich hinaus zu rollen. Bisher ist es immer zumindest noch nie vorgekommen. Hoppi. Das war auch heute schon die Folge vom Besuch bei Samira. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, euer Dominik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank.